Tschöne meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO-Podcast. Im Titel habt ihr schon lesen können, worum es geht, und zwar um diese Scammereien. Leute werden gescammt um ihren gesamten Steam-Account oder nur um ihre Skins und so weiter und so fort. Und ich oder vielmehr wir fragen uns, gerade heute auch wieder im Stream, wie das passieren kann. Wir hatten heute jemanden, beziehungsweise gestern, der reinkam und gesagt hat, hey, mir wurden alle meine Skins gesnackt. Es war jemand brandneues, ich konnte es also nicht nachprüfen. Es kann in dem Fall sein, dass es auch nur jemand ist, der Mitleid erregen möchte, um halt irgendwas abzugrasen, wobei wir CSGO schon nicht mehr gespielt hatten. Aber sowas kommt natürlich auch mal vor. Nehmen wir diesen Verdacht aber mal raus und überlegen einfach mal ganz genau, wie man gescammt werden kann und wer am ehesten gescammt wird. Da schätze ich nämlich eine gewisse Altersgruppe so ein, dass die am ehesten oder leichtesten auf Scams hineinfallen. Und zwar die Jüngeren, also zumindest was eben CSGO, Inventory und Steam Account Scams angeht. Diese Telefonanrufe bei alten Leuten, dieses hey, ich bin dein, was weiß ich, lang verschollener Enkel oder irgendwas und ich will Geld haben, das ist zwar auch eine Form von Scam und da fallen eher die Älteren drauf rein. Aber ja, Inventory Scams und so weiter und so fort, es wirkt immer so, als wenn es nur den ganz Jungen passieren würde oder hauptsächlich eher den jungen Leuten. Wie ist das? Also wo kommt das her? Ich denke, der Grund, warum hauptsächlich junge Leute darauf reinfallen, ist ganz einfach, weil man als junger Mensch, das war bei mir nicht anders und bei euch, wenn ihr schon etwas älter seid, damals wahrscheinlich auch nicht großartig anders. Man ist natürlich hauptsächlich naiv und möchte gerne am besten kostenlos, ohne irgendwas zu machen, irgendwas haben. Wenn man älter wird, lernt man ganz schnell, das habe ich auch schon in vielen Videos gesagt, dass nichts auf der Welt kostenlos ist, man muss für alles bezahlen. Selbst wenn etwas kostenlos scheint, bezahlt man trotzdem dafür auf irgendeine Art und Weise, zum Beispiel mit seiner Zeit, die ja sehr wertvoll ist, beziehungsweise mit den eigenen Daten. Sehr junge Menschen wissen sowas noch nicht, beziehungsweise können es auch nicht wissen, weil man die Erfahrung ja erstmal machen muss, dass im Leben halt leider nichts geschenkt ist. Man wird ja groß und wächst im Schoße der Eltern heran und da bekommt man ja schon irgendwie zumindest gefühlt alles geschenkt. Aber wenn man dann rausgeht in die große weite Welt, vor allem ins Internet, das ja nach wie vor so ein bisschen der wilde Westen ist, da ist dann mit der Schenkung auf einmal mau. Warum ich bei der ganzen Sache im Speziellen von jungen Leuten ausgehe, ist einmal eben die Sache, die ich bereits erklärt habe und zweitens einfach meine Erfahrung. Also die ganzen Fragen, die ich immer wieder bekomme von wegen, hey, kannst du mir ein paar Skins schenken? Oder ich habe gesehen, du hast ganz viele Kisten, kannst du ja welche geben? Oder du hast ganz viele Knives, kannst du ja welche geben? Und so weiter und so fort. Diese gesamten Sachen kommen nie von Erwachsenen, sondern immer nur von sehr jungen Usern, die sowas überhaupt fragen, weil ich denke, ein Erwachsener überhaupt nicht darüber nachdenkt, so eine bescheuerte Frage zu stellen. Weil sowas an sich ja eigentlich nicht existiert im echten Leben, dass man sagt, hey, ich habe gesehen, dass du ein paar Knives bei dir im Inventar hast und ich wollte dich fragen, ob du mir eins geben kannst, dass das ja nicht so viel wert ist. Das wurde mir tatsächlich so schon mehr oder weniger an den Kopf geworfen und nicht nur einmal. Und ja, wenn man dann da halt ein bisschen nachhakt, merkt man, dass es Leute sind, die sich mit Unterhalt auch einfach noch keins leisten können, logischerweise, dann muss man natürlich auch auf solche Sachen zurückgreifen und fragen, kostet ja auch nichts. Aber das sind leider die Leute, die eben ins Visier von diesen ganzen Scammern geraten. Denn wenn die dann mal was haben, dann kann man da sehr leicht, scheinbar sehr leicht, das auch wieder abzwacken. Wenn ich mir alle Scammer-Stories im Kopf durchgehe, also wohlgemerkt Scammer-Stories. Jetzt nicht sowas wie, ich wurde gehackt, also so richtig angegriffen und gehackt, sondern man hat sein Kram eigentlich, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, auf sehr dumme Art und Weise verloren. Wenn ich die ganzen Storys so im Kopf durchgehe, dann ist es immer diese Vertrauenssache, auf die die Leute reinfallen. Also das banalste Beispiel, auf das doch tatsächlich Leute reinfallen, ist, hey, kannst du mir das mal ausleihen? Kannst du mir mal deinen Skin geben, deinen Knife geben oder sogar deinen Steam-Account geben? Bei Leuten, die man online kennengelernt hat, vielleicht über ein paar Wochen hinweg, es baut sich eine gewisse Freundschaft auf und dann kommt diese Frage. Und dann gibt es doch wirklich Leute, die sagen, ja komm, Brudi, gönn dir, hier ist mein Steam-Account, hier sind meine Login-Daten, hier ist mein Knife. Also darüber braucht man an sich gar nicht, eigentlich, glaubt man, man braucht darüber nicht zu sprechen, aber dass das passiert und scheinbar auch nach wie vor passiert, ist ein Zeichen dafür, dass da auf jeden Fall noch irgendwas schief geht, zumindest in den Köpfen mancher. Weil man darauf einfach nicht reinfallen sollte, sagt man sich zumindest dann als älterer Mensch. Aber in jungen Jahren ist es halt dann nochmal was anderes. Was natürlich auch noch eine beliebte Sache ist, sind diese Steam-Nachrichten, die man von Fremden bekommt oder von Leuten, die man frisch angenommen hat, wie, hey, kannst du mein Team bewerten? Kannst du diese Seite bewerten? Kannst du auf dieser Seite, da willst du ein ganz Hanebüchen, irgendwas von dir einzahlen und dann bekommst du es doppelt zurück oder dann bekommst du dieses und jenes Knife und du musst nur 5 Euro draufzahlen und was weiß ich alles. Diese ganzen Scamereien, wobei ich die unterteilen würde in, melde dich auf dieser Seite an, weil dann habe ich deine Account-Daten und melde dich auf dieser Seite an, zahl da was ein und ich gebe es dir aber dann nicht zurück und das ist meine Seite. Das sind zwar zwei unterschiedliche Paar Schuhe, bauen aber auf dem ähnlichen Prinzip auf, einfach auf diesem komischen Vertrauen der Leute, dass Leute einfach in fremde Menschen haben, was man auch kaum nachvollziehen kann. Man kann natürlich zu einem gewissen Grad jemandem vertrauen, ich vertraue euch ja auch bei gewissen Dingen, bei manchen Dingen, aber meinen gesamten Steam-Account jemandem zu geben oder halt meinen Knife mal da zu parken, da muss schon wirklich ein ordentliches Vertrauen da sein. Also da, das ist, ich würde bei mir sagen, so gut wie unmöglich, dass ich jemandem einfach so was von mir gebe. Ich habe von euch schon Sachen erhalten, ich weiß, auch Sachen eben geliehen, also wie Knives oder irgendwelche teuren Skins, eine Dragon Law und so weiter. Und natürlich bin ich auch jemand anderes. Ich bin nicht nur einfach irgendein Online-Knilch, der dann damit untertaucht, sondern ich bin halt eine Person des öffentlichen Lebens, wenn auch nur eine kleine. Und da hätte das natürlich auch einen gewissen Backlash zufolge, wenn ich da einfach was behalten würde von euch. Darum ist man sich da sicherlich auch irgendwie im Klaren, dass ich das nicht einfach behalte, den Kram. Dass sowas aber wie gesagt mit fremden Personen auch gemacht wird, kann ich nur ganz schwer nachvollziehen. Und da kann ich auch nur jedem direkt an dieser Stelle sagen, lasst es lieber. Also euch will wirklich niemand was schenken. Vor allem nicht online. Jeder will Plus machen, keiner hat was zu verschenken. Und gerade dann, wenn das so aussieht, als wenn man Plus machen würde und der andere vielleicht was übersehen hat, dann seid wahrscheinlich ihr auch, die, die irgendwas übersehen haben und dann bezahlt ihr. Entweder mit eurem Account oder den Skins oder euren persönlichen Daten oder einfach eurer Zeit. Also ich habe ja schon einige kostenlose Seiten vorgestellt, bei denen man CSGO-Skins vermeintlich kostenlos erhalten kann. Aber auch da bezahlt man mit seiner Zeit. Also meistens mit der Zeit. Man muss irgendein Spiel spielen, x Minuten oder Stunden lang und dann bekommt man so und so viele Währungen. Und mit dieser Währung kann man dann halt sich die Skins auf deren Seiten holen. Die haben aber natürlich auch ihre Werbepartner und Verträge und nehmen natürlich auch viel mehr Geld ein durch eure Aktivität, als dass sie Geld ausgeben. Weil sonst würde so eine Seite ja auch direkt pleite gehen, weil eben niemand was zu verschenken hat. Das darf man nie vergessen, dass halt einfach nichts kostenlos ist. Und wenn man das alleine schon im Kopf behält, dann sollte es eigentlich auch schon nicht mehr so oft passieren, dass man gescamt wird. Natürlich gibt es noch diese ganz fiesen Geschichten, wie es freundlich halt jemand mit dir an und schickt dir halt dann irgendwas, irgendeinen Link oder Sonstiges. Du klickst da drauf und schon hast du Schadsoftware bei dir auf dem PC. Das ist natürlich eine ganz bittere Pille und das würde ich auch auf jeden Fall als eben nicht so einen leichten Scam ansehen. Also sowas kann mal passieren, dass halt jemand benennt sich einfach auf Steam um, so wie dein bester Mate, mit dem du schon tausend Jahre zockst und du siehst nicht genau, dass der sich umgenannt hat und du denkst, dass dein Mate hat das gleiche Bild drin, das gleiche Profil einfach kopiert und er schickt dir einen Link und sagt auch irgendwas, was sogar noch passt zu dem, was man gerade vor kurzem gemacht hat. Wenn du gestalkt wirst online, dann kann sowas ja passieren, dass jemand sagt, ey, unser Spiel gestern war sweet, guck mal hier, ich habe, keine Ahnung, eine Frag-Montage gemacht, klick mal drauf. Ohne dass er schreibt, klick mal drauf, weil das schon sehr auffällig wäre. Und schon zack, klickst du drauf, bist womöglich auf irgendeiner Huddle-Seite, wo du nicht zwingend direkt gescampt bist, aber du siehst halt sofort, wait a minute, Steam-Anmeldung oder Sonstiges. Wer da dann weitergeht, dem ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen, wobei leider auch viele eben auf diese Masche reingefallen sind, hey, kannst du mein Team bewerten? Das ist eigentlich dasselbe. Also ich habe da schon unzählige Nachrichten bekommen, unter anderem von Leuten von uns, deren Accounts darüber gekapert wurden und dann geht das einfach weiter. So ein bisschen wie auch, wenn jemand deine E-Mail-Adresse kapert, dann schickt der meistens ganz viele weitere Kaperungsabsichten an dein gesamtes E-Mail-Postfach. Und da war das ähnlich. Da waren ein paar, also drei, vier von uns aus der Community, zumindest aus dem äußeren Rand der Community, Namen, die zumindest ich so kenne. Ich will jetzt noch niemandem bloßstellen. Ja, da wurde ich einfach mal angeschrieben, hey, kannst du mein Team bewerten? Also auf gutem Deutsch, was sehr selten ist bei sowas. Meistens ist es auf gebrochenem Deutsch oder gebrochenem Englisch, so Russisch-Englisch oder sonst was. Da war es auf perfektem Deutsch. Und dieser jemand, um auf dieses Stalking anzusprechen, war tatsächlich in einem Team, mit dem ich auch vor einiger Zeit oder damals eben, ein paar Tage, Wochen davor, mit dem hatte ich tatsächlich, live halt in meinem Stream, über sein Team geschwätzt, über unser Team, meinte in der Damage war das noch in Lirum Larum. Da hat alles wie die Faust aufs Auge gepasst und trotzdem ist meine Devise schon immer in Steam, dass ich niemals auf Links klicke. Niemals. Also entweder muss ich wirklich ganz, hundertprozentig der Überzeugung sein, dass es kein Fake ist. Ich teste den Link in einer sicheren Umgebung oder ich lasse es einfach. Vielleicht bin ich da auch etwas arg paranoid, aber auf sowas will ich zumindest nicht reinfallen. Ich will auf keinen Fall behaupten, dass ich irgendwie niemals zu scammen wäre oder man mich nicht scammen könnte, sicherlich. Man kann bestimmt jede Person irgendwie scammen. Aber mit diesen Vorsichtsmaßnahmen, dass ihr sagt, hey, ich klicke auf keine Links, ich nehme keine Trades an von anderen, vor allem die von Fremden. Ich nehme im besten Fall auch keine Freundschaftsanfragen von Fremden an. Ich melde mich mit meinem Mainsteam-Account nirgendwo an. Das ist auch so eine Devise von mir. Ich habe mich mit diesem Account auf keiner Free-Skins-Seite, auf keiner Skin-Trade-Seite um was für sich angemeldet. Ich habe dafür schon immer extra Accounts, mit denen ich da meinen Fuß ins möglicherweise verschissene Wasser stecke, um dann vielleicht nur diesen Account zu verlieren, wenn denn was passiert. Mittlerweile habe ich drei Accounts und mit den anderen Zweien kann ich halt so ein bisschen hin und her hoppeln, obwohl auf dem einen mittlerweile auch ordentlich was liegt. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich viel bitterer, wenn der Main-Account weg wäre. Darum einfach einen Zweiten machen und mit dem dann solche Sachen ausprobieren. Und wenn man feststellt, oh, das geht, dann einfach den Zweiten als Schleuse benutzen. die Skins vom Main-Account auf den Zweiten-Account schieben, dann auf die Seite und dann damit rumwurschteln. Wenn dann nämlich der Account genudelt ist, ist halt nur der Skin weg oder sind nur die Skins weg, die ihr extra da draufgezogen habt. So ein bisschen wie eine Prepaid-Kreditkarte. Ich hatte früher so eine Wirecard, kennt man ja bestimmt von diesem Skandal. Und ja, da habe ich Geld draufgeladen und falls ich die Karte verloren hätte, wäre halt nur das Geld weg, das auf der Karte war und sonst nichts. Und so sollte man solche Seiten auch im besten Falle angehen mit einem Schleusen-Account. Bei so einem Thema darf man nicht vergessen, dass es auch diese ganz fiesen Wege gibt wie den API-Scam oder auch diesen Einlade-Scam, den ich vor, ich glaube, 14 Tagen oder vor drei Wochen vorgestellt habe. Also dieser Einlade-Scam war so, dass dir jemand in seltenen Fällen eine Freundschafts- ne, nicht Freundschaftsanfrage, eine Spielanfrage senden konnte. Also einfach ein CSGO-Invite für sein Spiel. Und sobald du da draufgeklickt hast, warst du praktisch schon gefangen. Und derjenige konnte dann irgendwie auf deinen Steam-Account oder auf dein Kram zugreifen. Sowas ist natürlich extrem fies. Und davor ist man ja nur bedingt gefeit, wenn man eben aufpasst natürlich. Wenn ihr auf eurem Steam-Account nur die Leute habt, die ihr wirklich kennt, im besten Fall aus dem Real Life, kann euch das nicht passieren. Falls ihr ganz viele Fremde habt, joint ihr einfach nicht hinterher. Also so mache ich das auch. Ich joine einfach niemandem hinterher. Entweder lade ich die Leute ein oder wir spielen auf Faceit. Also gut, ich spiele CSGO eh nur noch in den Streams. Das heißt, ich gehe in die Lobby und alle müssen mir nachkommen. Von daher bin ich auch vor dieser Sache eher geschützt, sage ich mal, einfach durch den Ablauf meines Streams beziehungsweise wie ich halt einfach CSGO nutze oder konsumiere. Da kann mir das eher nicht passieren. Aber bei euch, falls ihr eben Fremder am Start habt, solltet ihr wirklich aufpassen. Entweder ladet nur ihr die Leute ein, also wenn es jetzt vielleicht eine ganz neue Bekanntschaft ist, jemand, den ihr im Matchmenge getroffen habt, der voll cool drauf war, mit dem ihr auch gerne öfter spielen wollt. Aber ja, trotzdem Vorsicht walten lassen und lieber den einladen und die ganze Sache dann durchführen. Es gab wohl auch schon solche Sachen, dass du halt gehackt werden konntest, wenn du einfach nur in der Lobby gespielt hast mit einem Cheater. Ob das wirklich so ist, ich glaube, das wurde nie bestätigt, dass sowas wirklich passieren kann mit diesen Injections und dass dich einfach jemand komplett vernudeln kann, dein Account hat. da muss man natürlich auch bedenken, dass die Hacker-Community gerne viel labert und dick dasteht. Da kann eine riesen, eine riesen Bannwelle kommen, die grinsen, weißt du, mit weinenden Augen im Hintergrund und sagen, ist alles in Ordnung, nichts passiert und haben halt, weiß ich, wie viel Geld verloren. Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, es wurde damals sogar, ich glaube, bei diesen Injections über den, war das auch dieser API-Scan? Nee. Bei diesen Injections hat sich, glaube ich, sogar herausgestellt, dass hieß, auf Team Fortress 2 wäre das den Hackern gelungen, jemanden zu injecten und da hat sich aber, ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher herausgestellt, dass das ein Fake war, dass die Leute halt glauben, es geht. Also man stellt sich da wohl scheinbar stärker dar, als man ist. Ich weiß nicht genau, warum es muss halt. Das ist wieder ein anderes Thema, wahrscheinlich irgendwelche Minderwertigkeitsgeschichten. Auf jeden Fall müsst ihr halt einfach die Augen offen halten und um zurück zum, ich sag mal, Hauptthemenstrang zu kommen, warum wird man gescamt? Ich denke, man kann das ganz einfach ausdrücken aus Naivität. Man ist naiv genug, um zu glauben, dass jemand einem was Gutes machen will. Und da müsst ihr alle gucken, also jeder, der da vielleicht schon mal betroffen war oder Leute, die aktuell betroffen sind, guckt, dass ihr eure Naivität richtig, richtig schön runterschraubt. Seid lieber skeptisch, überlegt lieber zwei, drei, vier Mal beziehungsweise geht doch nicht dieses wunderbare Angebot an. Das Einfachste ist natürlich bei Trades. Also wenn man Trades bekommt, nehmt niemals Trades an. Sprecht mit Leuten, mit denen ihr traden wollt, wirklich eine lange Zeit. Man muss sich, finde ich, erstmal richtig kennenlernen, bevor man da irgendwas macht. Also ich habe schon oft genug Trades bekommen. Da sind dann zwei Knives zum Beispiel, wirklich zwei Knives beim Gegenüber drin, bei jemandem, den ich nicht kenne, der mir zwei Knives traden will. Und dann sind ganz, ganz, ganz viele Kisten von mir in dem Trade, also auf meiner Seite. Und ja, dann noch alle Knives von mir, so untergejubelt. Oder meinetwegen auch nur eins. Weißt du, der Kerl schickt mir zwei Trash-Dinger, die jeweils irgendwie 50 Euro wert sind und hat dann mein Carambi drin oder sowas. Das, ja, sieht auf den ersten Blick cool aus, weil man sich denkt, oh geil, zwei Knives für nur Kisten, aber macht sowas nie. Ich weiß, das klingt ultra obvious, aber da es eben auch Leute gibt, die einfach mal einen Skin ausleihen, uff, also an Fremde, muss man das wirklich dazu sagen. Wirklich. Die Naivität muss auf jeden Fall sinken. Junge Menschen sind nun mal leider so, da kann man auch nicht arg viel dran ändern. Das Einzige, was man machen kann, ist die Erfahrung, die man eben dann halt mit der Zeit macht, jetzt schon teilen, so wie ich es eben mache. Guckt, dass ihr da nicht drauf reinfällt. Misstraut erstmal jedem, geht niemals von irgendwelchen Geschenken aus und überprüft alles doppelt und dreifach und geht, wie gesagt, im besten Fall einfach gar keine Interaktion mit den Leuten ein, die ihr nicht kennt, mit irgendwelchen fremden Dödeln. Natürlich muss und will ich zum Ende hin trotzdem sagen, dass auch alte Leute oder ältere Leute, Leute mit viel Erfahrung gescampt werden können. Wie gesagt, auch ich bin sicherlich nicht komplett scamresistent. Es kann passieren. Und vor allem kann man Naivität auch generell durchs Alter mit sich ziehen. Also es muss nicht so sein, dass jemand, der in jungen Jahren sehr naiv ist, dann irgendwie zehn Jahre später weniger naiv ist. Es hat halt einfach viel mit Erfahrung zu tun. Leider sammelt man die erst mit der Zeit. Es ist schwierig, das zu lernen. Das sind diese typischen Beispiele für Dinge, die halt wirklich erst mit den Jahren kommen. Nichtsdestotrotz kann man eben auch aus den Fehlern anderer lernen und ja, gescampt wird viel. Nach wie vor. Fragt jedes Mal, wenn jemand gescampt wurde nach, wie er gescampt wurde und merkt euch direkt, alles klar, das ist abgespeichert, so lasse ich mich schon mal nicht scammen, auf diese Art und Weise. Ich denke, dass ich gerade durch meine Position einen kleinen Vorteil halt auch habe, weil ich ja gerade durch diese Person, die ich halt bin online, an viele Meldungen rankomme, weil mich halt viele kontaktieren und sagen, hey, ich wurde gescampt oder pass auf, dieser und jener Account macht irgendeinen Scheiß, gib acht und so weiter. Also ich kriege die Sachen dann meist auch mit, bevor sie mir selbst passieren, was natürlich ein Riesenplus ist und deswegen gebe ich die dann natürlich auch gerne an euch weiter, dass ihr am besten niemals gescampt werdet. Ach so, und denkt nicht, nur weil ihr ein kleineres Inventar habt, dass euch da niemand im Visier hat. Also wir haben immer wieder die Fälle, dass jemand bei mir sogar irgendwas gewinnt, was ein erster großer Skin ist, sag ich mal, was meinetwegen 20 Euro, 50 Euro oder vielleicht sogar Knife oder so. Und schon haben es die Leute auf einen abgesehen, auch ohne Knife. kommen die ran und wollen dich nudeln. Die wollen deinen Scheiß haben. Und weil das wohl nach wie vor so einfach ist, versuchen die halt alles. Auf die dümmsten Ideen kommen die mit ihren Anfragen. Wichtig bei der Nachsorge ist auch, dass ihr, wenn ihr jemanden entdeckt habt, der euch scammen wollte, dass ihr den nicht nur entfreundet, sondern eben auch blockiert, dass der euch mit diesem Account nicht mehr annudeln kann. Weil das ist halt besonders nervig, wenn ihr einen habt, der euch einfach nur, weil er seinen Steam-Account-Namen ändert, halt öfter versucht dran zu kriegen. Also blockiert da direkt die Accounts. Klar haben die Leute, diese Scammer, selbst viele Accounts und können ordentlich nachlegen. Nichtsdestotrotz immer schön wegblockieren, dass dieser eine Account zumindest schon mal weg ist und euch nicht mehr nerven kann. Weil es kann sein, dass ihr halt auf die gleiche Person irgendwann auf eine neue Masche reinfällt. Gerade weil der sich ja auch merken kann, alles klar, ich habe Masche A probiert, jetzt probiere ich Masche B, C, D und so weiter und so fort. Ballert die weg und blockiert die schön, damit ihr zumindest von diesem Account dann nicht wieder angenudelt werden könnt. Das wäre es dann soweit erstmal wieder gewesen. Leider kein extrem langer Podcast, ich weiß, Sammy, Sammy riecht sich tierisch auf, wenn er nicht mindestens 40 Minuten ist. Aber das Thema, ich kann jetzt auch nicht, oder will ich jetzt auch nicht großartig breit ziehen oder breit treten vielmehr. Denn ich denke, alles Wichtige ist gesagt, lernt aus den Fehlern anderer und ballert die weg, die euch abfacken. Geht im besten Fall auf gar nichts ein. Behaltet eure Skins und geht auf offizielle Seiten, wie zum Beispiel Skinbaron, um das Skins zu kaufen und auch zu verkaufen und nutzt nicht diesen ganzen Klumbatsch, der gefühlt jeden Tag aufs Neue aus dem Boden sprießt. Neue Scam-Methoden, neue Seiten, auf die man sich anmelden kann, geschwind mit Steam eingeloggt und schon ist alles weg. Obacht, meine Damen und Herren, Obacht. Dann bedanke ich mich bei euch mal wieder fürs Zusehen. Falls sich jemand fragt, warum ich diesen Podcast jetzt alleine gemacht habe, das ist der einfache Grund, weil gerade niemand live online ist, meine ich. Also ich habe Sanse kurz angeschrieben gehabt wegen was anderem und habe schon überlegt, ob ich ihn da mit an Bord hole, aber von ihm kam noch keine Antwort. Der Rest ist schon im Bettchen und ja, die Leute, die noch online sind, die haben mit CSGO nicht so viel am Hut. Ja, ich denke, alleine geht es auch ganz gut, aber natürlich mache ich die auch gerne mit euch zusammen, gerade halt bei größeren Themen. Das war jetzt halt auch was, das ist halt auch mal schnell wieder zu Ende. Da kann man nicht großartig diskutieren. Ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich nächste Woche Montag also und oder dann auch, je nachdem wie ihr Zeit habt, im nächsten Livestream und zwar morgen am Donnerstag ab 18 Uhr. Nach CSGO wird dann übrigens Resident Evil 8 wiederkommen. Also wer da reingucken will beziehungsweise wer sich für CSGO nicht interessiert, aber Resident Evil sehen möchte, kann dann gerne mit rankommen. Ja, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ein großes Dankeschön geht noch raus an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für alles. Lelele, lelele, Ada. Ada.